Hallo, liebe Freunde, hier ist euer MacGyver und wir spielen heute mal, habe ich mir gedacht, Muttersimulator. Ich würde schon immer mal sagen, wie es ist, Mama zu sein. Es ist natürlich alles nicht frei, und auch für 300 Münzen, also man muss sich anscheinend irgendwo Geld verdienen. Ich will mir das Spiel mal anschauen, mal gucken, wie das so ist. Kann ja ein Ding gar nicht so schwer sein, ich bin ja auch schon Papa und was? Ein Level? So viele Level gibt es, und dann bist du bei der nächsten Seite weiter, oder was? Okay. Oh. Oh, Braunschmulli. Ja, warte, ich komm. Ich muss ja nicht schreien. So. Alles wird gut. Nee, die Steuerung ist ja schwer. Oh, ist das süß, wie das schreit. Ja, du musst Geduld haben. Habe ich wirklich gewisse Zeit? So. Oh, war das nicht. Wie jetzt? Schließen. Mann, wäre das einfach, wenn man so viel Geld kriegen würde. Level 2. Ich verstehe zwar nicht, was sie feiern wollen, aber ich... Was? Auf die Toilette? Oh, Kind. Kind, nicht schreien. Iiiiih, die Windel, äh... 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 Was soll ich jetzt damit machen? Akkuüberlastung. Ich muss mal Akku rausziehen. Sag das doch einmal. So. Was soll ich jetzt machen? Gute Toilette. Ja, ich würde jetzt gerne zu die Toilette gehen, aber ich kann nicht. Kann mich nicht mehr bewegen. Ah... Guck mal, einmal raus und wieder rein. Iiiiih, ich muss jetzt auf die Toilette... Äh... Meine Hände. Stinkt das. So. Schnell Hände waschen. Ja, 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 ich komm doch schon. Entspann dich, Kind. Was soll ich jetzt machen? Achso. Ah, eine neue Windel. Komm her, Kind. So. Wäre ich nicht eine tolle Mama? Ich hab's drauf, Mama zu sein. In meinem nächsten Leben werde ich eine Frau und dann werde ich auch Mama. Nur schon wieder. Was? Flugzeug? Oh, ich darf spielen. Gib das dem Baby. Na, so ein kleines Teil, da kann Baby noch nicht viel anfangen, ne? Ja. You like it. Was? Ich will mich jetzt nicht machen. Machen wir weiter. Die Musik ist ein bisschen nervig. Fragezeichen? Kann man eine Mission ankommen? Äh, jetzt habe ich hier keine... ...keine Schuheabdrücke mehr. Gibt's nicht, oder? Wie kann man diese so dreckige Flasche so dreckig machen? Meine waren nie so. Ja, ja, ist ja gut. Ich bringe dir die Flasche. Ja, Kind. Ja, Kind. Es ist süß, wie das schreit, ey. Gut, dass es keine richtige Werbung ist. Damit kann ich leben. So. Passte in die Toilette. Wo war jetzt die Toilette? Da. Hier ging noch gerade einer. Hallo, Sohn. Achso. Ich glaube, du sollst zähneputzen. Was ist schon irgendwie mal. Ich wette, das ist alles erst der Anfang. Und später muss man so alles selber... Was, Jack hat Hunger? Was macht ihr was zu essen? Oh, das ist mein Schlafzimmer. Da hat keiner was zu suchen. Das ist das Spielzimmer. Uuuuuh. Scheiße. Ja, Küche. Ja, Jack, Hunger? Hi, Mom. Oh, hi, Mom, hat er gesagt. Hi, Kind. Hier, der Frühstück. Trocken Toast. Pick them for... Was? Will er noch? Oh. Hat doch Marmeladenbrot, ne? Jetzt kannst du aus der Schule gehen. Ich will das jetzt nicht. Ab zum Schulbus. Soll ich es hier hinbringen? Ja, das ist schlimm, dass ich nicht weiß, wohin ich muss. Ich denke mal zum Punkt. Den Pack. Da oben ist der blaue Punkt, da kann man das sehen. Ups. Was machst du mein Schlafzimmer? Wie die Hände aussehen, ne? Das ist schrecklich. Tschüss, Jack! Tschüss! Komm mal wieder, viel Spaß bei der Schule! Na, Leute, weil ich keine gute Mutter wäre. Guck mal, die Werbung wird immer länger. Das ist nicht so, dass ich mich doch... Ah, wir machen noch mal was, ne? Da geht noch was. You must eat... You can't have a photo. Haben wir jetzt noch was? Oha! Die Zeit wird immer knapper. Hm, soll ich was erst mal aussuchen? Das sind Bürger jetzt hier so. Hab ich nicht verstanden, aber egal. Jetzt machen wir noch, ja? Wie das Spiel, wo weiter geht. Das Baby ist... Ach, ich muss Teller abwaschen. Wollte ich vorher wenigstens Wasser aufdrehen? Okay? Ja? Das war... Ich war's. Aha? Oh. Hi-hah! das habe ich auch schon gespielt da muss ich auch noch mal weitermachen was war richtig das haus flipper es gibt auch das richtige haus flippert das hätte ich mal wissen sollen aber wer weiß der weiß wer weiß vielleicht hole ich das noch mal nur weil ihr natürlich ein oder wenn ihr interesse so einst mal noch so das kind schon wie das baby soll ich hier ja guck mal das spieltelefon von mir weil sie gerade wirklich ein weihnachtslied so liebe freunde wenn ihr auch mal sein wollte macht das spiel auch da wollte ich das spiel auch und spielt das mit und sagt euch mal wie das findet wenn ihr noch ein weiteres teil davon sehen wollte den daumen hoch da oder sagt was ihr gerne wollt bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen nachmittag und immer dann denken wir sind nicht fix nein wir sind die faxis game over